Es ist typisch, die Gansprobe ist rum und auf einmal kommt der Leute, ich habe kein Material für morgen, was soll ich denn hochladen? Die Leute warten und warten. Sebastian, wäre alles nicht so schlimm, wenn wir nicht schon Mörder Gags gerissen hätten, also Gags gerissen hätten. Die ganze Zeit, da draußen liegen 100 Tote auf dem Gang, die sich kaputt gelacht haben, weil sie nur geringe Fetze mitgehört haben. Und jetzt kommt die Kamera, wo gerade eben das Seucheramt alles mit dem Planierraum weggeschaut wird, wenn wir nicht mal mehr Beweise haben. Manchmal langt er ganz schön tief nahe, ne? 29, schon meistens Sonntag, diesmal, spielen wir parallel zum Tatort unschund früher und zwar bei der Lebenshilfe e.V. in Bad Dürkheim auf dem Parkfest. Ohne F. Und zwar so lang, bis der Nachbar von Gegenüber wieder die Balkon der zumacht. Und zwei Mom mehr als du, 100 Prozent. Ich glaube, ich habe zu viel schlechte Fetze. Ich glaube, ich habe zu viel schlechten. Vielen Dank.